hallo liebe menschen das ist der triatera video blog heute soll es um die milpa gehen um die mischkultur der indianer in mexico und das ist der triatera video blog hier geht es um em effektive mikroorganismen um terra preta produkte und um themen zur begrünung der erde und heute ein jahr im thema im weitesten sinne garten thema nämlich die milpa die wir hier ausprobiert haben das sind jahre beet und das hat er ausprobiert hallo ja du hast glaube ich du hast sogar angefangen ja du wolltest dass das das haben dann habe ich ja aus irgendeinem grund dieses buch geschenkt ich weiß nicht mehr woher wir es haben das sind jahre beet von natalie fasstmann und da hast du ganz begeistert drin gelesen genau genau also die stelle hier da haben wir mal die gras ohne hingehauen wie wir an anderen beten ausgestöchung haben und dann hat sich quasi ein kompost hier bildet und dann hat mich gefragt was man damit machen kann und dann kam eine art stapelkompost glaube wir hatten ja sogar abgedeckt eine ganze weile ja abgedeckt grasen oden verkehrt rum rum mit dem gegossen und ein bisschen feinen assschnitt und immer was man jetzt nicht direkt so fein kompostieren konnte russisch müssen und das lag dann zwei jahre und ist dann vererdet und war halt die haltvolle erde und dann habe ich mir gedacht was kann man damit machen und hier in der letzten ecke des gartens genau ja wenn man schwenkt macht hier ist ja ein kleiner schwenken und für den leuten schlecht aber doch mal ganz langsam das ist ja noch ein kleines hochbeet gebaut also hier ist unser dornröstchen schloss was zu buchern soll mit brombeeren aber wir gucken mal über den ganzen garten wir sind hier in der letzten ecke des gartens da hinten ist unser gewächshaus der teich das haus dahinter rechts der produktionsplatz und hier in der letzten ecke zum benachbarten weizenfeld beziehungsweise scharfschwingel dieses jahr da haben wir das die milpe angelegt also haben wir noch mal einen kleinen spot gemacht mit feuerstelle noch ein hochbeet und diese dornrösschen schlösschen hier was hier wachsen soll und dann habe ich mir gedacht mache ich die milper feldsteine haben wir auch habe ich das alles verstrichen und die beete angelegt und dann eben die milper gepflanzt und mit was nicht ganz der richtige begriff man könnte jetzt sagen das sind die drei schwestern die milper ist ein kreislaufsystem der südamerikanischen ureinwohner mittelamerikanisch mittelamerikanisch und die fängt eigentlich an mit einer brandrodung die machen sich ein stück urwald frei und dann fangen die an die drei schwestern zu pflanzen und ein ihre gemüse pflanzen dann nach einer gewissen zeit fangen sie an mit so fruchtbäumen bananen papayas oder was auch immer wächst und obstbäume und schließlich endet es dann in einem nutzwald harthölzer edelhölzer die das gemacht werden und dieser kreislauf schließt sich dann nach 20 25 jahren dann roden sie das holz was sie nutzen wollen und verbrennet wieder und dann fängt der kreislauf wieder von vorne an die mittelamerikanischen indianer hatten die terra preta noch nicht im programm die kamen nämlich aus südamerika deswegen mussten sie vielleicht regelmäßig diese brandrodung machen sonst hätten sie auch dauerhaft aber so ein kreislauf system hat sich eben hält und nicht auslaufen und haben die schon unter kontrolle ist auch alles in dem buch beschrieben buch ist auch noch ganz interessant erst mal die geschichte darüber dann wie nach europa kam verschiedene anbaumethoden also varianten der milper und so ja noch sind ein paar rezepte drin und noch ein paar schöne hinweisvolle schöne hinweise noch vielleicht ja was man jetzt zudem ist wird beschrieben als die perfekte mischkultur und die besteht eben aus mais kürbis und bohnen und das wunderbare daran ist eben dass damit dass du ton bleibst dass die in verschiedenen tiefen wurzeln also der mais wurzeltief der kürbis wurde eher flach also die greifen auf verschiedene nährstoffe in verschiedenen schichten zu und die bohnen geben noch stickstoff ab an den boden und die rankeln dann eigentlich am mais hoch und wir haben ihnen jetzt hier vielleicht noch so ein paar gerüste gegeben unterstützte bloch so ein bisschen weil aus irgendwann sind wirklich richtig stangen vom letzten jahr haben wir da noch hast du da noch gerüste gebaut also irgendwann ist ein richtiger dschungel und dann wenn man die so ein bisschen wes wo die boden stehen sind sie dann noch leichter zu ernten weil das ist dann irgendwie das läuft hier 56 meter im radius hier noch irgendwie stark ausbreiten genau und man sagen haben wir noch nie sehen war da muss ich mal ran also die wachsen hier jetzt auch schon raus an den stangen hoch wir haben sie die extra um die stangen gepflanzt weil das wenn das so ein kleines beet ist ist das nicht so einfach dass sie an dem mais hoch wachsen wenn man das richtig feldmäßig macht dann macht man das normalerweise dass sie am feld hoch hat und wächst schon hoch aber mit der ernten mit dem ernten ist natürlich dann ja ja wenn du jetzt jeden mais irgendwie zwei bohnen noch gesetzt hättest dann und so viel brauchen wir ebenso nicht dann haben wir ein paar stangen drin paar stangenbohnen ja und das heißt dass der boden dadurch eben nicht auslaugt wenn man dann auch die abgeernteten sachen halt liegen lässt und so man bricht halt die maiskolben und lässt gleich die maisstängel mischt man gleich wieder und also man merkt irgendwie dass die doch deutlich vitaler sind hier in der ecke wahrscheinlich auch wegen dieser guten erde die wir da gemacht haben und das ist eigentlich keine gute ecke weil hier hinten am feld kommt immer der kalte wind und so ist eigentlich die schlechteste ecke eigentlich weil hier immer der kalte wind reinkommt und alles erfriert aber die haben sich hier sehr sehr wohl gefühlt mit der erde und irgendwie zusammen also sonst hatten wir immer schwierigkeiten mit dem maisanbau ja der ist nie richtig gewachsen als einzelkultur wollte der nicht so richtig so also kriegen andere vielleicht besser hin vielleicht muss man den perfekt düngen oder so dann kriegt man es hin aber mit den richtigen symbionten den richtigen partnerpflanzen speziell der bohne glaube ich dass das hilft ihm ganz enorm ja und dieses jahr habe ich so ja noch mehr kürbisse reingepflanzt letztes jahr hatte ich glaube ich nur acht oder zehn pflanzen drin und ich weiß nicht 40 40 50 kürbisse extrem letztes jahr das erste mal dieses und da diese gute erde und das ist so krass habe ich das noch nie gesehen ich habe noch hinter der banyes hecke habe ich noch kürbisse erntet also hier drei meter weiter ist die hecke die banyes hecke und dahinter war also noch kürbisse ja also das ist ein geniales anbau system aus mittelamerika überhaupt sind die amerikanischen völker also mittelamerika und südamerikanischen völker ja also weltweit irgendwie so die top landwirte gewesen die die also unheimlich viele pflanzen kultiviert haben mais kommt daher kürbis kommt daher die boden kommen daher dann noch kartoffel tomaten auch topinambur und so weiter also ganz viele der heutigen wichtigen nahrungspflanzen kommen aus dieser aus diesem landwirtschaftlichen innovationszentrum mittelamerika und peru inka südamerika amazoniengebiet also dass die hatten da schon was drauf und ja das ist eine der hervorstechendsten leistungen dieser kultur die ja letztendlich grundlage dieser maya kultur war diese azteken kultur der der stadt mexico die zu dem zeitpunkt glaube ich 1500 das die größte stadt der welt war mit eine million einwohnern man hat nachgewiesen dass schon seit 3500 jahren oder so ja das wird schon verdammt lange gemacht also das ist hier das ist nicht trivial das ist die grundlage einer großen kultur gewesen und viele viele millionen menschen die davon sehr lange gelebt haben ok und für sie im garten oder für uns im garten eine schöne möglichkeit auf kleiner fläche dreifach zu ernten und dabei die bodenfruchtbarkeit zu erhöhen und alles optimal auszunutzen macht spaß und man merkt wie sie sich gegenseitig mögen also das ist auch schön und jetzt ist zwölfter juli mitte juli also touch auch schon noch zeit dass die sind ja auch extrem früh weil lange war wärmeperiode hat da muss das schon immer wasser geben und so aber ich kann mich nicht erinnern dass das jemals schon so früh so weit im stadium war der meist ist ja schon da also alles was wasser kriegt dieses frühjahr dieses sommer ist ist ja sehr gut gekommen alles was tiefe wurzel hat und was er kriegt und hinten wechselt auch schon weg so da aber kann man jetzt natürlich nicht sehen alles klar das war also das kleine hobby projekt von ilja die milpa wir werden den meist das ist übrigens bantam mais überwiegend und noch eine andere sorte hast du gesagt eine andere sorte noch die also bantam ist diese meist dieser meist der gerne von denen da gibt es ein projekt bantam anti gentechnik mais weil jeder der mais anpflanzt darf sich in der datenbank eintragen und dann müssen landwirte die in der nähe gentechnik mais anbauen entsprechend meldung geben hallo und so kriegt man dann raus wo die landwirte überall gentechnik mais anbauen das und so als quasi als symbol man kann also auch ohne gentechnik manipulationen sehr gute ernsten erziehen speziell dann eben auch mit der milpa und aber seit 2009 wird in deutschland kein gentechnik mais mehr angebaut aber die bantam sort ist einfach ein leckerer süßmeiß den meine tochter und meine frau und mein sohn super gerne naschen man kann auch unsere zuschauer fragen ob die sich mit eigenem maisanbau ein bisschen an kommt weil die meisten mais die haben dann hier drei triebe also das habe ich auch noch nicht gesehen ich weiß gar nicht warum der das tut dieses jahr und die tragen hier auch an der seite nicht so manche ja also unsere maispflanzen haben einen hauptrieb und zwei drei nebentriebe und ob man die rausbrechen kann ob das der pflanze schadet oder nicht oder ob das sein lassen die seitentriebe soll man die raum macht irgendwie kolben haben die nicht nur aber vielleicht kommt ja noch einer ran vielleicht kommt noch was kleine dran und dann könnte man das so ein bisschen als baby mais halt ernten so ne irgendwie so ein bisschen klein und zart aber ich kann mir vor allem samm aus einer pflanze irgendwann schiebte den seiten noch hoch das ist wohl auch eher so die urform die mehr die mehr triebe entwickelt als ein vielleicht liegt ja auch an den guten boden oder an der an der symbiose ok ich geh noch mal ums beet rum also milper auf kleiner fläche viel ernten macht spaß da wächst der kürbis schon raus hier aus unserem kleinen beet herzlichen dank ja und an unsere zuschauer mais ist nie als monokultur gedacht gewesen sondern immer als symbiotische pflanze mit bohnen man könnte sogar mit buschbohnen kombinieren aber mit am besten mit stangenbohnen und von den ernährungswerten interessant also meistens ist eigentlich zu kohlenhydrat lastig boden an sich sind eigentlich aber die die ernähren sich von dem von dem eiweiß profil und von dem energie profil wunderbar dass man keine mangel ernährung kriegt wenn man die drei sachen zusammen ist ja genau also dann braucht man so gut wie keine grundnahrungsmittel das ist tatsächlich dann kürbis mais und nahrungs ernährung wenn man wenn man optimal von der fläche sich ernähren will ok bis nächste woche tschüss